was dahinter hol mal einen epischen der anders mit uns vielleicht zu meinem haus oder komme ich nicht mehr hin der erste sport unter uns ein bisschen schlecht geflogen oder sind gar nicht was sie prügeln keine waffe nein die sind unten gelandet das liegt hier ach komm ich den drecks repeater jetzt gehen wir hoch ja wenn wir sterben ist ich habe immerhin ein altes schild eingesammelt kann ich wegrennen du schild alter von wo du arschloch da ja werde ich mal besser im aimen alter gottlos das ist die letzte person da hier unten bei mir hat ein techniker schönes ding hab sie ja clean das hat sagt er 30 30 und eva ist es oder das sind gegner da oben da oben sind weg gejumpt sind nach der hinten gejumpt ich würde die vielleicht am haus überraschen weißt du was mein von den high ground ich fühle mich davor überrascht ich habe das gefühl die überraschen uns ja da würde ich jetzt nicht hingehen da war ein loot drop ja erst kühlen wir und dann holen wir loot drop ok wir können angreifen oder? naja lass doch warten dann haben wir immer noch vorgegeben ja aber die ist nicht nur beim cap her geht oh true einer ist ein nachzügler und wir die jetzt shotten ja ja was ich denn jetzt habe ich nochmal gemacht ich habe halt keine waffe um auch die distance irgendwas zu machen ne hemlock ach mal aah melmo melmo ja malmö das sind die ne geh nicht dazu die geh nicht dazu lass mal nach rechts gehen das ist nichts was uns bringt glaube ich ja jo vielleicht wollte ein bisschen können wir hier noch hoch? gerade im Himmel können wir hier hoch? so für den high ground ja natürlich step einfach beim hoch gehen jo die waren schon relativ close ja müssen also einer war schon da oben oh god ist die schnell einige scheiße Paul kannst du nicht ne stripline oder so machen? ja ich kann ein jump pad machen wenn ihr wollt ja mach ein jump pad ja warte ich mach das da vorne mach ich das? werfen aaaah mir kust du flieg ich hin zum Fick alter oh Gott ey dick aber warum kann ich mich mal aufhören? ok ich geh in das Haus rein und dann bleib ich aus ich möchte irgendwie abknallen von geht das irgendwie von hier aus? ne oh doch doch tatsächlich tatsächlich komm mal komm mal hier komm mal ich muss schauen ja eine shield break tatsächlich 35 dann habe ich meinen mein lila kack schild hab's hab wir nen shield break? ja genau den wo ihr drauf schießt gottlos sein movement gottlos ja so da und da sind jetzt überall noch Gegner ich weiß nicht auch so da haben wir noch digga die die 3 3 ist sich gar nicht so schlecht wie ich dachte ich weiß nicht wollen wir schon nach vorne ne ist ja noch 4 Scots ich will vielleicht nochmal da unten die Kiste mitnehmen aber es ist eh zu spät glaube ich wir müssen wir müssen ja ja ich bin schnell ich bin schnell wie der Blitz ja ich komm oh du schild nice ja äh 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 eh ja ja wollen wir mal irgendwo hinmoven links oder rechts also hinten oder vorne ja ich geh mal da runter perfekt komm mit ich hol mir den low ground drauf da kommen Gegner zu mir ja die rennen jetzt da gerade wollen wir die irgendwie russchen gehen oder so ja ja komm wir machen ich bin ein wenig hinter dir sie sind hochgeflogen ja ist gut wo hochgeflogen? da wieder hoch da hinten oder irgendwo da hinten oder irgendwo ja die feinden untereinander noch ja die feinden untereinander noch das ist voll interessiert so dein für die durch ja da ist der Sniper Stock ein lila noch war schön haben wir noch? äh Ninja Stern, Ninja Stern kein Arm wie die Scheiße halt irgendwo hinter uns? ich weiß nicht ob die revalben Hallo da oh Gott oh Gott die Dinger drehen sich mit ich hab noch irgendwelche irgendwelche kamen noch dachte ich ja ich hör noch den ich seh nur den Schatten ja da irgendwo hinter uns auch da den Schatten hab ich gesehen die kommt die kommt von da drüben ich muss nachladen nein man die scheiß Walk schickt ihr die? die machen irgendwie Paketen sie geht da hoch sie geht da hoch oh schade wollt ihr die eine finischen hier? ja immer noch irgendwo böse Steps hinter uns man ich bitte dass ein Phoenix geht das nehm ich gleich hab ich auch nicht damage gebracht? nein hier ist noch ein Dreier übrigens hier ist ein Shotgun Bolt oh ja nehm ich warum auch immer das alles da unten rumliegt ah weil ey man das dass sich alles hier dreht ist so schlimm die ganzen Alters man weiß nicht wo du grad gelootet hast ey übrigens wurde da nicht grad irgendwo jemand revived oder hab ich das falsche in den Ohren gehabt? weiß ich nicht aber mir gefällt nicht dass wir in der Zone sind ich hab nicht gehört wechsel ich in mir Bonne Kunde ich hab meine Brille nicht auf also ich seh ein bisschen hast du grad da hinten? Dankeschön ein Ding Maaan ich hab kaufen wer hat da was in den Shop reingelegt? ich oder im Shop genommen steht von hinten von irgendwo da hinten ach ne mir gefällt nicht dass ich aber die kommen da hinten übrigens ne das ist irgendwie ein bisschen weiß ich nicht hä wegen mir können wir ein Fight starten die kommen die kommen mit ner Zip-Line oder so oh Leon ich bin gleich da da hat irgendwas reingeworfen der Gottlose ich bin bei dir da war irgendein da hat irgendein Feuer gemacht da hat irgendein Feuer gemacht ja dann gehen wir einfach komm ja ja komm werf ein paar Sachen hoch die ist hier oben hin schon oben sind hier ein goldenes Ding ah der eine stand da unterhalb ja der eine stand da unterhalb hier Junge Junge was ist denn das immer die mit ihrem Scheiß rum mann der wollte gar reviven ich habe ihn unterbrochen und dann meinte er müsste rein sliden und mit drei Hits weg machen wir bitten bisschen ich gehöre zu Leon warum wenn man müsste auch wenn die Zone kommt ja ich wollte nur gucken ob da rechts schon doch ich bin gar fast über das Gitter geschwungen Gott im Himmel J im Himmel ich habe nämlich so ein 1 2er ey holo da unten ist wer da hinten ja der Gitter ist alleine runter weiß ich nicht könnten wir ja ich werde nicht treffen ich habe eine ja nur eins mit dem 1er ist hier ich habe einmal geschossen und da ist ein Cover ich habe einfach viel zu viel Munition glaube ich da kommen Freunde weil der schießt auf uns aber mich ich bin der freundliche mit uns ich habe keinen Schutz abgegeben da kommt einer zipline zipline wo habe ich nichts wieder gehört weiß ich nicht ich weiß nicht wo aber ah da ist ein da ist eine hoch gemacht worden ja wenn kurz oh mein Gott in mir ja da hat mich was ist denn das der bleibt runter oder wie ja ja wenn wir hier so ein bisschen langsam darunter gehen bisschen langsam ja ich habe jetzt das Gefühl dass der eine halt unter uns in diesem in dem Hauptfach hier ist und unter uns auch noch oh ich bin aus dem runter gehüft oh ich stehe in wem ey der hat mich nicht gesehen ok also alles gut Jungs ich bin safe ich bin zwischen zwei Squats gleich das gefällt mir auch gar nicht aber ich habe sie ein bisschen ausgedribbelt jay dadurch dann auch nochmal welche nein 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 bitte 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 habt ihr medkits oder sowas ja weil der grenzt ja noch also wir könnten da hoch hab ja gar weil da ist dann sind wir so wirst du ein Schampert oder so setzen ich habe meins gejustet zum pflichten oh vor uns ist ein load drop oh da die sind da hinten ungefähr irgendwo mhm meine herren da kommen da die feiern da hinten echt böse ne ist auch gar was hingehauen ne ich wollte wir können uns bedeckt halten jungs ich stelle mich kurz rein und sterb oh ah ah ja können eigentlich hier noch vier Squats sein ja ja das denke ich auch da kommt zippern es ist nach rechts abgezogen ja ja ich sehe den da Ich glaub es ist rot gewesen. Ich glaub es ist rot gewesen, ja. Ich glaub es ist rot gewesen, ja. Da kann ich wieder nichts treffen. Das war alles. Das war alles. Hab wen genommen? Ja genau, nein. Augspiel. Ey, dann hat er sich... Eliminated? Eliminated? Links, oder? Er wurde eliminated. Meint ihr die Lupen da gleich? Vielleicht hat er zwei oder drei. Bis hier. Der liegt, äh, glaub ich irgendwo unten. Da ist er irgendwo runter gefallen. Ja, ich war grad rechts von uns. Hat er irgendjemand gesehen? Aber ich seh keine. Er hat rotes Schild. Und ein Helm. Ich nehm einfach mal... Irgendwo links von uns wird so böse... WTF Amigo? Muy bien. Wo? Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab irgendwas aufgesammelt. Ich hab... Ey, ich hab Plätze frei. Irgendwo da. Warte, können wir hier... Können wir hier links schießen? Ja, ja, können wir. Da liegt was goldenes. Ey. Einer noch. Einer noch. War immer so low? 2 knocked. Ja, genau. Den einen hat ich auch noch genossen. Es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Ja, ja, ich ran grad hin. Wo ist der? Digga, die Eva. Was macht das für einen Schaden? Gottlos. Knock, äh... Shebrat meint. Junge, die Eva ist trash. Nein, der eine hat ein Selfie, weißt du? Ja! Digga, die Eva? Die ist ja trash! Oder ich bin einfach scheiße im aimen. Na cool, du verstandwild. Ja, Mann, warum leckst du mich im Win? Wie könnte es da einfach nicht? Ey, ich bin wieder auf der Map. Ja, ja. Ich sehe euch aber leider nicht. Ja, komm. War gut. Wir haben nie daran gezweifelt. Ich habe auch GSC in Verbindung mit der Lobby geklickt, aber ich glaube es war nicht. Connecting to Lobby. Connecting to Lobby. Oh Gott, los. Ah, ich konnte Lobby. Greenscreen? Aber Dark-Screen. Dark-Greenscreen. Hä? Ich habe gewonnen und ich habe ganze 130 Damage gemacht. 6 hour TV triетр wonderst. john spricht.